So, hallo und herzlich willkommen zu einem Let's Play. Wir spielen heute THW Simulator, Sword and Soldier, Maschinarium, Bus Simulator 2012, Portal 2, Bro Force und das ein Blind Let's Play mit David und mir reden. Ja. Das ist ein Strategiespiel aus dem Hause Deadly League. Jetzt bauen wir erstmal diesen Roboter zusammen, den wir spielen werden. Einsteiger ist, glaube ich, für mich für den Anfang, um das Spiel vorzustellen, am besten. Das Spiel hier hat mehrere Optionen. Das ist rotumschrieben der Bagger. Okay, wo müssen wir hin? Freut mich nicht. Ich würde sagen, wir fangen gleich an, wir starten voll rein. Dann spielen wir auf Silbertschon. Ja, etwas schwerer. Etwas. Der bietet verschiedene Funktionen, wie zum Beispiel der Supergast. Und dann fangen wir an. Mal gucken, ob ich das schaffe. Gehe zur Halle und betätige den Schalter links neben dem Turm. Das machen wir doch glatt. Und er fährt gerade meine eigene Strecke. Können wir jetzt losfahren? Bitte. Oh, 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 fehlt auch nicht. Ja, okay. Oh, das wird jetzt ziemlich knapp. Was jetzt? Ja. Stehen bleiben. Und das Spiel ist abgestützt. Ich muss hier reinfahren. Jetzt fahr einfach, es kommt gerade raus. Komm, 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 komm. Jetzt fahr ich aufs Mal. Oh, 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 oh. Ja. Was passiert jetzt? Er ist aus der Strecke rausgeflogen. Die Eingabe ist korrekt. Wir haben es geschafft. Klasse. Aber du hast es geschafft. Wir verabschieden uns von dem THW-Simulator und dem Mann mit der Segel. Ja, das war's für heute. Wir sehen uns. Ich hoffe es hat euch gefallen. Ihr habt einen kleinen Einblick bekommen in den Bussimulator 2012. Dann verabschiede ich mich jetzt. Tschüss. Tschüss. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Viel Spaß. Tschüss. 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 Tschüss, Tschau. Tschüss. Tschüss. Sch�.